Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Die Metro will Kette Real an die Redos-Gruppe, der auch das Rhein-Ruhr-Zentrum gehört, verkaufen und überraschend selbst im Unternehmen bleiben. Die SB-Barenhaus-Kette Real steht vor dem Verkauf. Der Mutterkonzern Metro habe sich mit einem Konsortium um den Immobilieninvestor Ridas auf exklusive Verkaufsverhandlungen geeinigt, teilte die Metro am Abend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Entgegen ihrer ursprünglichen Planung will der Düsseldorfer Konzern mit 24,9% an Real beteiligt bleiben und soll nach drei Jahren die Option haben, ganz auszusteigen. Die Metro will Kette Real an die Redos-Gruppe, der auch das Rhein-Ruhr-Zentrum gehört, verkaufen und überraschend selbst im Unternehmen bleiben. Die SB-Barenhaus-Kette Real steht vor dem Verkauf. Der Mutterkonzern Metro habe sich mit einem Konsortium um den Immobilieninvestor Ridas auf exklusive Verkaufsverhandlungen geeinigt, teilte die Metro am Abend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Entgegen ihrer ursprünglichen Planung will der Düsseldorfer Konzern mit 24,9% an Real beteiligt bleiben und soll nach drei Jahren die Option haben, ganz auszusteigen. Verkaufsverhandlungen Verkaufsverhandlungen